Hallo alle zusammen, mein Name ist Sandra und ich bin heute als Festival Reporter unterwegs. Heute vom Lichtspielefestival. Ich werde nämlich von dem dritten Lichtspielefestival berichten, welches heute im City Film stattfindet. Viele Leute werden sich hier versammeln, auch die Jury und auch die Filmemacher. Hallo erstmal, du hast ja einen Film eingereicht. Ja. Erzähl mir doch mal was über den Film und stell dich doch erstmal vor. Also ich bin Ben Schwangenberg und mein Film hieß Mein Lieblingsort, das Tempelhofer Feld. Und den habe ich für mein Praktikum bei Alex von mir vor ungefähr mehr als einem halben Jahr. Und den haben wir jetzt eingereicht. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Wir sollten halt in der Kategorie Mein Lieblingsort einen Film machen. Ich und mein anderer Partner, Olli, dessen Film gleich noch gezeigt wird. Und Alice Tempelhofer Feld ist mein Lieblingsort wegen der Location und den Aktivitäten, die man da macht. Ist es das erste Mal, dass du da einen Film eingereicht hast? Ja. Und was erhaust du dir? Nicht viel. Echt nicht? Aber ich bin gerade zu spät. Ich kann mal so richtig ein bisschen machen. Ja, macht er nicht. Naja, es waren auf jeden Fall gute Filme und ich fand deinen Film gleich gut. Hallo! Ich bin da auch oft beim Tabelhofer Feld und bedanke dich erstmal für das Interview. Und ich hoffe, dass du auch bei den Workshops teilnimmst und da Erfahrungen sammelnst. Auf dem Tempelhofer Feld im Süden Berlins in den Stadtteilen Neukölln und Tempelhof verbringe ich viel Zeit mit Freunden oder auch alleine, um der Hektik der Großstadt zu entkommen. Es ist ein ruhiger und idealer Ort, wenn man Platz und Abwechslung braucht. Das Feld wurde viele Jahrhunderte als Ackerfläche benutzt. 1922 wurde es zum Flugfeld umgebaut. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs während der Berliner Blockade bekam der Flughafen Tempelhof seine besondere Bedeutung, als die Versorgungsflugzeuge im 90-Sekundentag landeten und starteten. Ab 1985 ging der Flugverkehr wieder weiter, nachdem er zwischenzeitlich eingestellt worden war. 2008, als mit dem Bau des Flughafens BER begonnen wurde, wurde der Flugverkehr in Tempelhof endgültig eingestellt. Danach entstand auf der Fläche Berlins größter Stadtpark, das Tempelhofer Feld. Das Feld ist 355 Hektar groß und ideal für viele Sporter. Verliebt sind Skate und Longboarden, Kiteboarden, Inliner fahren, Drachensteigen und viele andere Aktivitäten. Ihr macht das Longboarden am meisten. Aufgrund des glatten Bodens und den sehr langen Start- und Landebahnen findet man ideale Bedingungen für Skaten vor. Ich finde die Landebahn auch perfekt für Aufnahmen mit Action-Kameras, um coole Shots zu machen. Der Rückenwind ist der Skaten ab und entspannen die Beine. Der Park ist von Sonnenaufgang bis Untergang über 10 Eingänge zu weg. Deshalb ist das mein Lieblingswort. Ich bin's wieder. Ich befinde mich hier im Projektionsraum. Hier werden die Filme gezeigt. Und ich hätte jetzt noch nebenan jemanden, der unter Stress war und mir jetzt erzählen, was er hier genau macht. Genau, also ich bin die Anne und ich bin quasi zuständig heute für die Projektion. Und wie das immer so ist, das klappt ja immer nicht so richtig, wie man das so will. Aber wir hoffen doch jetzt, es läuft alles. Und genau, ich mache auch die Kinoprojektion, wir haben auch eine professionelle Kinoprogrammierung hier und da benutzen wir einen Digitalprojektor, das ist so ein richtig großes Teil, wie man sieht, der für die professionelle Kinoprojektion benutzt wird. Aber heute nehmen wir einen etwas kleinere MIMA, weil es auch Filme sind, die über den Laptop laufen jetzt. Das ist ja auch gar nicht ungewöhnlich, weil so Kurzfilme, da muss man erstmal gucken, in welchen Format die kommen und so. Und dann ist das meistens über den Laptop auch einfacher. Und was für Komplikationen gibt es da? Das soll ich jetzt vielleicht nicht ausbreiten. Weil das ist so ein bisschen... Top Secret! Ja genau, sonst werden Leute auch so sensibilisiert und so, aber es ist einfach schon so ein bisschen, ich bin auch sehr reingewachsen in diese Rolle und bin auch keine Verantwortungstechnikerin und das ist natürlich dann, wenn da irgendwas kommt, was nicht so läuft, wie es sollte, dann bin ich hier so, ah, 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 und das ist ganz schlimm. Aber es hat so mit dem Ton zu tun, also tatsächlich haben wir bis vor einer Stunde irgendwie den Ton nicht in den Saal bekommen, das heißt, die Filme liefen ohne Ton und jetzt ist der Ton zumindest da. Ja, ähm, und ja. Gut, dann hoffe ich das Beste und... Ich auch. Und dann ist alles klappen. Bestimmt. Und dann danke schön, dass Sie sich interessieren. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ich mir interessiere, ich werde mir die Filme nämlich auch anschauen. Und wenn ihr seit die Bühne geht, ist es geändert, dass ihr mehr Spot auf die Bühne habt, bis zum... Guten Abend, liebe Zuschauer draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmphilosophie gestern, heute, morgen. Zu Gast bei mir im Studio ist heute der Filmschaffende Heinz Wieland. Guten Abend. Herr Wieland, Ihre beiden neuesten Werke aus der Jimba-Reihe heißen bezeichnenderweise Der Vorführer und Der Ballon. Welchen Zusammenhang sehen Sie da auf der metaphysischen Ebene? Offensichtlich ist ja wohl Ihre allgemeine Kritik an der zeitlosen Existenz des Seins. Nun ja, äh, die Titel der Filme beschreiben den Inhalt, also worum es da so geht. Interessant. Sehen wir uns jetzt erst einmal gemeinsam den Film Der Vorführer an. Wie heißt die Titel der Filmみたい? Ah, das ist doch ein Kündiger. Untertitelung des ZDF, 2020 Herr Wieland, in dem Film beschreiben Sie das Scheitern der nackten Kreatur in und an der technisierten Welt. Sehen Sie dies vor allem als Forderung nach einer Rückbesinnung auf die Werte Herders und Klopstocks? Ich mache eigentlich Filme für Kinder. Wie bitte? Kinderfilme. Filme für Kinder. Ja, gut. Aber das Motiv der Dampfeisenbahn in unserer digitalisierten Zeit ist doch eigentlich... Ich hatte als Kind auch eine kleine Dampflok. Hm. Und mit der Verknüpfung der filmischen Ebenen wollen Sie nicht auf die Dysfunktion spätkapitalistischer Gesellschaften hinweisen? Dafür interessieren sich Kinder nicht. Fein. Kommen wir nun zu Ihrem zweiten Werk, der Ballon. Film ab. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist das? Ah! Oh nein. Herr Wieland, in diesem Film gehen Sie sogar noch einen Schritt weiter. Ja? Der radikale Schritt hin zur Befreiung von der Last der Schwerkraft als revolutionärer Akt. Wenn auch nur als Traumsequenz lässt sich doch... Wie gesagt, ich mache Filme für Kinder. Ich weiß, aber welche Botschaft wollen Sie mit den im Film sich ständig füllenden und lehrenden Ballons senden? Ich sehe in der Flüchtigkeit des Gases starke Anklänge an die Tragödie von Meierling. Nein, nein, nein. Kinder mögen Luftballons. Je bunter, desto besser. Und die Tanzszene? Befreiung von irdischer Last? Chaplin? Fredaster? Wissen Sie was? Mit Ballons an den Füßen kann man gar nicht rutschen. Das ist ein Trick. Ach so? Nun gut, das war die Sendung Filmphilosophie gestern, heute, morgen mit unserem Gast Heinz Wieland, der aufgrund anderer Termine bereits das Studium verlassen hat. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Au! Ich stehe neben einer der Filmemacher, die hier einen Film angereicht haben. Stell dich doch erstmal vor, wo uns auch den Filmemacher vorgestellt ist. Ich bin Valentin Wojtaschkiewicz und ich bin 14 Jahre alt. Ich habe den Film Filmphilosophie angereicht. Der handelt von einem Regisseur, der zwei Kinderfilme gedreht hat und darüber im Fernsehen interviewt wird und lauter Fragen gestellt bekommt, die er nicht beantworten kann, weil es nicht auf seinen Film zu treffen. Wie bist du auf das Thema gekommen? Also ich wollte anfangs erst nur die beiden neuesten Folgen meiner Serie einreichen und habe mir danach aber gedacht, dass ich mir lieber eine Rahmenhandlung dazu ausdenken könnte. Und ich wollte mich ein wenig lustig machen über die Art von Moderatoren, die sehr viel reden, ohne etwas dabei zu sagen. Was ist dein erster Film? Nein, ich habe letztes Jahr schon mal einen Film eingereicht und noch mehrere andere Filme gedreht. Und ja, also die Serie Jimba hat jetzt angefangen mit der ersten Folge und die ist jetzt schon zwei Jahre her. Ja, das war ja auch eher recht lustig. Wie bist du auf das Thema gekommen? Also es gibt ja verschiedene Filmarten. Warum gerade eher Komödie? Ich wollte anfangs ein wirklich tiefgründiges Thema ansteuern, aber habe mich danach dann doch anders überlegt, weil die Serie Jimba ja auch an Kinder gerichtet ist und dann wollte ich den Film auch einigermaßen zerhaltsam für die Kinder machen. Und was erhoffst du dir von dem heutigen Tag? Ich hoffe mir jetzt nicht einen Preis zu gewinnen oder so, ich hoffe mir einfach nur neue Menschen kennenzulernen und dass mich auch neue Menschen kennenlernen, ja. Würdest du es anderen empfehlen, nur hier beim Lichtspielefestival nächstes Mal dabei zu sein? Auf jeden Fall. Und dann ja, wieso? Weil es sehr gut organisiert und geplant ist, weil man hier sehr viele Chancen hat und auf jeden Fall die Filme auch gezeigt werden, vor allem im großen Publikum. Okay, gut. Dann bedanke ich mich für das Interview. Danke ebenfalls. Ja, ich stehe hier neben Patrice, Angelo Mitglied vom Lichtspielefestival. Erzähl uns doch mal, wie du will, was der Spielefestival fandest. Es ist das Lichtspielefestival. Lichtfestspiele habe ich auch immer noch einmal gesagt. Ja, es ist Lichtspiele. Ich habe sogar gerade mein Instagram-Ding zum Mal korrigieren müssen, dass ich das auffallt höre. Ich hatte zuvor nichts davon gehört, fand es aber auf Anhieb super spannend, weil ich das immer interessant finde, wie gerade auch so neue Generationen sich mit dem Medium auseinandersetzen, was ich sehr zu schätzen weiß, weil das ist so ähnlich, lass uns mal einen Klassiker nehmen, sowas mit Star Wars. So meine Generation, ich bin ja gerade mal so 22,5 plus minus 130 Jahre. Und ich finde es gerade spannend, wenn so ein Film gerade wieder in den Krios kommt, wie unterschiedlich die Leute mit dem Thema umgehen. Also meine Generation, wie möchten Sie noch hier vorbeigehen, Frau? Sehr, sehr gerne. Wir haben ja echt einen Komparsen einfliegen lassen für dieses Interview. Ich finde es super spannend, wie Leute sowas wahrnehmen. Es ist ein Unterschied, wenn du das jetzt als 30-Jähriger dir das anschaust oder wenn du das damals als 5-Jähriger angeschaut hast, gehst du anders mit dem Medium-Film um. Und auch die Art und Weise, wie früher Filme gemacht wurden, das sind komplett andere. Also in meiner Generation, bei Star Wars zum Beispiel, wurden noch mehr Puppen verangewandt. Jetzt ist ja Computeranimation, das ist dann bloß Ultra. Heutzutage hast du auch schon etwas hier in deiner Hand. Mit einem Handy kannst du ja quasi schon mit deinem Smartphone, mit all den Schmettenmöglichkeiten und so, kannst du ja einen kompletten Film schon erstellen. Du kannst ihn auch weltweit teilen, indem du ihn einfach verschickst oder Links zu einer YouTube-Videos-Seite, was auch immer. Das heißt also, der Umgang mit dem Medium, Filmen, Animierten, ist ganz anders als zu meiner Zeit. Und deswegen finde ich es spannend zu sehen, was machen die jetzt wirklich daraus. Filmen die jetzt alle nur mit dem Handy? Wiederholen die nur das, was die Generationen vorher gemacht haben? Und haben festgestellt, es ist so ein Mix aus beiden. Also es gibt bestimmte klassische Erzählstrukturen, die bleiben dieselben. Und auch, was so das gute Thema geht. Wir hatten ja jemanden, der in einem Wasch-Sendant einfach so seine Zeit hoch schickt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er auf seiner Wäsche wartet. Wir hatten zwei Mädchen, die sich halt über den roten Ball umkennen, einfach so eine analoge Art und Weise, und dann digital miteinander umgehen. Und in einer Jury zum Beispiel, das ist auch Joshua, der seinen eigenen YouTube-Kanal hat, mit 13, erzählt natürlich, er findet es mal angenehm, dass so etwas positiv dargestellt wird, und man nicht gleich zu den Pädophilen auf der anderen Seite erwartet, wenn es so anonym ist. Also sehr positiv. Und das war zum Beispiel etwas, worauf ich nicht bekommen wäre, aber durch den Austausch mit einem so jungen Jury-Mitglied und bei der Ansicht eines solchen Films kommst du einfach auf andere Ideen und das finde ich, warum man sehr inspiriert. Und auf welchen Kriterien gewartet ihr die Filme? Ich bin der Meinung, ich gehe komplett danach, was mich persönlich interessiert und was ich schon bisher gesehen habe. Ohne zu sehr, also ich sage jetzt nicht, tut mir leid, aber ich habe es die uns, ich bin doch schon besser, Filme machen sehen, als das, was du gesagt hast, das wäre unfair. Aber ich frage mich dann immer, in Anbetracht der Tatsache, zu wissen, wie schwer so etwas auch zusammenzustellen ist, was versuchen sie, spricht es mich an? Und wenn es mich nicht anspricht, dann versuche ich es aber auch wenigstens konstruktiv auch so zu erklären, weil ich glaube, das hilft ja auch den Filmschaffenden, die sich ja auch hier dadurch weiterbilden können, weil sie dann auch mal sehen, wie wirkt denn das, was ich hier produziert habe, aber auch ein anderes Publikum, was nicht Mama und Papa heißen, die ehemaligen Zeugeln an sich tun, sondern auch einfach, das hat mich jetzt nicht interessiert, ich glaube, der rege Austausch ist gut. Und von daher richte ich mich nicht, was die anderen Jury-Mitglieder sagen, sondern das, was ich selber sage. Und das ist ja auch das Schöne an einer Jury, du hast mehrere Köpfe, mehrere Einstellungen, und das führt dann zu einer Entscheidung, die aber auch nichts wirklich grundlegendes über das Material selbst sagt. Es gibt bestimmte Punkte, wo sich alleine sind und sagen, das ist voll langweilig. Wenn halt sechs Leute eigentlich sind, das etwas langweiliger ist, dann kannst du davon ausgehen, das ist langweilig. Das heißt aber nicht, dass um von siebter sich für das toll findet. Weißt du, was ich meine? Und deswegen sage ich auch allen Leuten, egal wer hier erster, zweiter oder dritter wird, es hat nichts über die eigenen Qualitäten zu gehen, weil es geht um die Wertung dessen, was hier angereicht ist und ob das dann irgendwie auch standhält. Das ist mein Anliegen, einfach nur zu wissen, interessiert mich das, oder interessiert mich das nicht. Und wenn Bedarf ist, oder es zwingt die Leute nicht auf, können sie sich mit mir darüber dann im Nachhinein auch beantworten. Und was erhoffst du dir von den Spiele fürs Treffen? Ich erhoffe mir, gerade was das Thema Deutschland ja angeht, das ist ja auch ein bisschen schwieriger. Wenn man bedenkt, dass Deutschland schon immer so ein Pionierland war, was wir immer angeht. Also die Babelsweiger Studios, die ja jetzt wieder auch voll belastet hier auch arbeiten, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber du kennst es ja wahrscheinlich nicht selbst, du bist ja dann nach jedem Kasten. Du denkst, gucke ich mir jetzt hier für meine 10 Euro jetzt hier Schmidt und Dings mit meiner Katze? Oder gucke ich mir Block-Action, Hollywoods, Finals, und vor allem? Hast du das Gefühl, du gibst immer mehr Geld für das aus, was da aus Amerika kommt? Was zum Teil vielleicht berechtigt ist, weil du würdest dann die Marke unterhalten werden, und dann möchtest du mir jetzt so, hier, habt ihr noch Almosen, ein deutscher Film, kommt mal klar. Was aber auch damit zusammenhängt, dass, glaube ich, auch so das Minderwertigkeitsgefühl in Deutschland sehr stark ist, weil wir immer denken, nur im Ausland gibt es gute Sachen, und es gibt genügend Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Und das machst du durch so eine Events halt auch womöglich, dass Leute auch selbstbewusst werden, auch daran aufbauen können, was bedeutet das, einen Film zu machen. Sie werden später eh jede Menge Vollidioten dran in der Filmindustrie erleben. Aber die neuen Möglichkeiten sind ja da, dass sie nicht über Mittelsmänner reden müssen, sondern einfach auch, wenn es einfach nur um die Präsentation geht, klassische YouTube- oder Vimeo-Kanäle nehmen können. Und das, glaube ich, macht mir Hoffnung, dass es auch sehr viel Talent gibt, was auch hier in meiner Heimerschaft Berlin und Deutschland insgesamt in der Nacht geschickt wird. Du klingst ja recht begeistert von dem Festival. Warum würdest du es anderen Leuten empfehlen, hier auch mal vorbeizukommen und sich das anzuschauen? Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen politisch-philosophisch, ich bin ein überzeugter Demokrat. Das heißt also, eine Demokratie funktioniert nur, insofern die Leute auch selbst daran teilnehmen. Und sei es jetzt nur ein Kreuzchen zu machen, oder eben, das kannst du halt bei anderen Lütern, weil viele Leute sagen, ja, wir trainen ja eben zu machen gegen die Leute, aber na klar, durch dein Konsumverhalten kannst du das tun. Also wenn du zum Beispiel etwas unterstützen möchtest, dann lädst du dir den Kielger an im Netz und dann gibst du noch viel Geld für dich, du setzt dafür ein Zeichen, das ist mir mein Geld wert. Und das Gleiche ist dann die bei Sony-Invent. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen so viel mag und dann auch herkommt, also alleine mit seiner Unwesenheit und seiner Aufmerksamkeit, weil Zeit ist ein großes Grund, gerade mein Alter weiß, was ich weiß nicht zu schätzen, dass man sich das auch so anschauen kann. Und ich finde es gut, dass dieser Verein sich dafür halt stark macht, sich austauscht mit den Leuten. Und das sind, wie gesagt, vielleicht demnächst unsere Star-Regisseure, die irgendwo, nicht nur in Hollywood, vielleicht auch in Indien oder in Südafrika Filme, umfotreten, weil die Möglichkeiten sind in der Zukunft schier unendlich. Und deswegen finde ich sowas toll, finde es sehr unterstützenswert. Und ich dachte natürlich, das wird über den ganzen Tag, ich werde nur scheiß Beiträge zu sehen bekommen, mal einen guten. Aber in der Summe war das total super. Und ich mag auch so diese Diskussion mit der Jury, auch gerade, wo er herrscht, man hat eine ganz andere Meinung, ohne dass man sich die Köpfe anstellt. Wenn du jetzt das Lichtspielfestival-Brell-Worten geschehen würdest, wie würdest du das? Wichtig, jung und erwähnenswert. Gut, dann danke ich euch also für das Interview. Gut, gerne. Bis dann, Mann, bis alle, die mich kennen. Ich stehe hier neben Rebecca und sie veranstaltet hier einen Workshop und wird mir noch mal einiges darüber erzählen. Ja, was ist das für ein Workshop? Was ist das für ein Workshop? Das ist ein Workshop für die Kinder, die gerade ihre Filme gezeigt haben, beim Risspieler-Jugend-Filmfestival 2015. Und jetzt, soweit ich weiß, laufen die Filme Ü16. Und da dürfen die Kinder nicht dabei sein, soweit ich informiert bin. Und wir unterhalten hier mit ein paar Stationen, wo die so was für eine Kamera Obscura zum Beispiel bauen können. Oder ein Daumenkino, also alles, was irgendwas ist, mit Filmen zu können, einscannen, also mal einscannen, Trittfilme entstehen lassen können. Bis halt die Jugendlichen ihre Filme gezeigt haben und dann geht es zur Preisverleihung. Da dürfen die dann wieder teilnehmen und den einen oder anderen Preis absammeln. Und warum bietest du den Workshop hier an? Was meinst du mit hier? Hier beim Lisspiele-Festival? Ja, weil ich schon das dritte Mal bei dem Festival dabei bin. Und die mich wieder gefragt haben, ob ich Lust habe, was zu machen. Aber hinter der Organisation vom Workshop steht Susanne Birkefeld. Die hat sich das überlegt und mich damit ans Wort genommen. Du warst ja jetzt schon öfter beim Lisspiele-Festival. Gibt es hier irgendwie Veränderungen im Laufe der Zeit? Also hast du irgendwie Veränderungen gemerkt? Da muss ich sagen, ich habe ja jedes Jahr was anderes gemacht. Das erste Jahr habe ich einen Workshop gegeben für die Gewinner des Festivals. Das war dann praktisch nach dem Festival. Das zweite Jahr war ich selber in der Jury. Und jetzt gebe ich während des Festivals einen Workshop. Und ich kriege von der Organisation, also alles, was davor geschieht, was danach geschieht, kriege ich leider so ein bisschen wenig mit. Da bin ich nicht so involviert. Aber ich denke, dadurch, dass es schon das dritte, vierte Mal stattgefunden hat oder stattfindet, hat sich daraus ein Festival entwickelt, das weiterhin bestehen bleibt. Also ein Erfolg, was zu sehen ist. Wenn jetzt andere Leute hier aus einer anderen Stadt hierher kommen, nach Berlin und sich denken, okay, was können wir am besten machen, würdest du dann sagen, hey, kommt doch zum Lisspiele-Festival? Und wenn ja, wieso? Na, auf jeden Fall würde ich das sagen. Ich würde auch Kinder und Jugendliche motivieren, sich nicht nur die Filme anzugucken, sondern auch selber welche einzusenden, weil es einfach eine totale Möglichkeit hat, auch seine eigenen Filme auf einer großen Leinwand zu sehen im Kino, mit Freunden, mit Familie, mit Klassenkameraden und dann auch vielleicht ein Lob von der Jury zu bekommen und auch einen Preis zu gewinnen. Ich glaube, das motiviert und die sind halt auch sehr kreativ. Es gibt ja unterschiedliche Formate, die die anbieten. Also es ist ein spannendes Programm, sehr vielfältig. Und mir hat letztes Jahr als Jury-Megel sehr viel Spaß gemacht und ich weiß, dass die Entscheidung für uns sehr schwer gefallen ist. Also es war echt ein harter Wettbewerb. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview und viel Spaß beim Basteln. Ja, das war's auch schon für heute. Ich als Festivalreporter habe sehr viele Eindrücke hier sammeln können. Wir haben ja vom Lichtspielefestival berichtet und tolle Filme sehen können, sei es von Jugendlichen oder auch von Kindern. Nutzt auf jeden Fall die Gelegenheit, nochmal das nächste Mal dabei zu sein beim Lichtspielefestival und so gut verabschiede ich mich. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017